Sei solch eine Funktion f mit den zwei Variablen x und y. f von xy ist definiert als eine Zahl a mal x² plus zweimal eine Zahl b mal xy plus eine Zahl c mal y² plus zweimal eine Zahl d mal x plus zweimal eine Zahl e mal y plus f. Hier ist ein konkretes Beispiel solch eine Funktion mit zwei Variablen. Der Graph von diesem Beispiel sieht so aus. Und der Schnitt von diesem Graph mit der horizontalen Ebene o x o y ist diese Ellipse, die auch hier dargestellt ist. Durch diese Schieberegler kann man die Werte der Zahlen a, b, c, d, e und f verstellen. Beobachten wir, wenn ich hier a verstelle, wie sich diese Ellipse verändert. Jetzt ist dieser Schnitt so hyperbel geworden. Ich verstelle jetzt b, auch c, d, e und f. Der Schnitt des Funktionsgraphens mit der horizontalen Ebene o x o y ist ein Kegelschnitt. Hier nochmal solch eine Funktion mit den zwei Variablen x und y. Die Kurve Gamma mit kartesischer Gleichung f von x y gleich 0 ist ein Kegelschnitt. Und durch diese Zahlen a, b, c, d, e und f können wir verschiedene Eigenschaften des Kegelschnitts herausfinden. Zuerst fabrizieren wir diese kleinen Determinanten anhand der Zahl a, die schreiben wir dahin, der Zahl b, die schreiben wir da und dahin und der Zahl c, die schreiben wir dahin. Diese Determinanten berechnen wir durch a mal c minus b Quadrat und diese Differenz nennen wir klein Delta. Wenn diese Zahl Delta streng positiv ist, dann ist Gamma automatisch eine Ellipse. Wenn diese Zahl Delta streng negativ ist, dann ist Gamma eine Hyperbel. Und wenn diese Zahl Delta gleich 0 ist, dann ist Gamma eine Parabel. Jetzt fabrizieren wir diese Determinanten anhand dieser Zahlen a, b, c, d, e und f. Die Zahl a schreiben wir dahin. Die Zahl b schreiben wir da und da. Die Zahl c schreiben wir dahin. Die Zahl d schreiben wir da und da. Die Zahl e schreiben wir da und da. Und die Zahl f schreiben wir dahin. Wenn diese Determinante gleich 0 ist, dann kann man f von x, y faktorisieren in dieser Form. Wir haben hier das Produkt von zwei Faktoren, das 0 ergibt. Also ist der erste Faktor 0 oder der zweite Faktor 0. Dieser erste Faktor gleich 0 ist die kartesische Gleichung einer Geraden, die wir d1 nennen. Dieser zweite Faktor gleich 0 ist die kartesische Gleichung einer Geraden, die wir d2 nennen. Also in dem Fall, wo diese Determinante 0 ist, sagen wir, dass der Kegelschnitt Gamma gleich ist zur Vereinigung dieser zwei Geraden. Man sagt dann, Gamma sei zerfallen in zwei Geraden. Umgekehrt gilt, wenn Gamma zerfallen ist, dann muss diese Determinante 0 sein. Weitere Eigenschaft von Gamma. Um das Zentrum von Gamma zu finden, löst man das Gleichungssystem. Partielle Ableitung dieser Funktion f nach der Variablen x gleich 0 und partielle Ableitung dieser Funktion f nach der Variablen y gleich 0. Weitere Eigenschaft von Gamma. Die Steigungsfaktoren der Symmetrieachsen sind die Lösungen m von dieser Gleichung. Wenn die Zahl c 0 ist, dann ist eine der Asymptoten vertikal. Jetzt machen wir folgendes. Wir schreiben die kartesische Gleichung von Gamma in eine etwas andere Form. Dieses x² schreiben wir in diese Form x mal x, damit man x zweimal sieht. Dasselbe machen wir in diesem Term. Wir schreiben den Term um, so dass man x zweimal sieht und y auch zweimal sieht. So erhalten wir b mal xy plus xy. Diesen Term verwandeln wir, so dass wir y zweimal sehen. Also schreiben wir y² in die Form y mal y. Auch in diesem Term möchten wir x zweimal sehen. Also schreiben wir den Term in diese Form, d mal x plus x. Dasselbe für diesen Term in y. Wir schreiben den um, so dass wir y zweimal sehen. So erhalten wir die kartesische Gleichung von Gamma in dieser Form. Sei ein Punkt P mit Koordinate m, n und die Gerade d mit kartesischer Gleichung diese da. Man erstellt sie wie folgt. In dieser Gleichung von Gamma ersetzen wir in diesem Term eins der beiden x durch die Abschisse m. So erhalten wir am x. In diesem Term ersetzen wir hier x durch m und hier y durch n. So erhalten wir diesen Term. In diesem Term ersetzen wir eins der beiden y durch n. So erhalten wir c, n, y und so weiter. Hier ersetzen wir eins der beiden x durch m. Hier ersetzen wir eins der beiden y durch n. So erhalten wir also die kartesische Gleichung einer Geraden. Wenn dieser angegebene Punkt P mit Koordinate m, n zum Kegelschnitt Gamma gehört, dann ist diese Gerade automatisch Tangent zu Gamma am Punkt P. Wenn dieser Punkt P mit Koordinate m, n aber nicht zu Gamma gehört, dann ist diese Gerade d automatisch die Polare zu Gamma am Punkt P. In den folgenden Tutorials werden wir diese Eigenschaften in konkreten Beispielen anwenden.